Wo ist Tress? Und wo sind die Millionen? Die geilen Boys, frisch am Friedhafen. Wo geht's hin? Ich bin ja gar nicht mehr. In den wohlverdienten Urlaub, nach harter Arbeit. So, geht weiter. Das war's. Plein am Fliegen, ne? Ja. Ja. Tres blöckermdls- Sehr gut. Na, ich habe es nicht mehr. Super. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ratsch, Sp 따라. Musik Musik Der Wächerstoff Na gut, das ist unser wunderschöner Kleiderschrank mit meinem Täschchen mit meiner Jacke und noch mal eine Jacke und Dennis Jacke und noch mal Dennis Jacke und so wundererotisch. Und Dennis Klamotten, meine sind alle noch in der Tasche, aber ist egal. Die Schülchen natürlich, braucht man. Die Schülchen kleppen hier alles am Start, mein Handy ist auch am Start, sogar doppelte Uhrzeit hier, aber kein Empfang. Hier gibt es ein bisschen Musik, weil der Fernseher sagt es nicht. Das bin ich. Da ist der Boy jetzt doch am Start. Ich sag's jetzt zum Zimmer. Ja, sieht gut aus. Okay, normal, aber das Zimmer sieht ja schon schön gut aus, aber das ist doch wohl sehr entspannt, oder? Hast du weh dann? Empfang auch? Muss ich direkt noch ausprobieren lassen. Ach so, hast du kein Passwort? Ja, muss ich handeln. So, hier kann man sogar Wäsche aufhängen, ne? Sogar Wäsche aufhängen. Ja, Badehuse. So, hier ist der Pool, da hinten ist direkt das Meer. Wunderschön, hier sind andere Unterbläsements. Der Stuhl ist wunderhübsch. Ja, jetzt ein bisschen ausspiegeln. Ja, ich hab sogar eine Badewanne. Die sind schon richtig eingezogen hier. Ja. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Schon mal für einen Anfang. Fünf-Sterne-Rest... äh... ...Restor... oder schon ein Fünf-Sterne-Hotel. Mensch, Mensch... Wir sind im Urlaub. Die Boys. Sag mal was, Boy. Toi, er versucht sich einzuloggen. Natürlich ist der Laptop dabei, damit wir auch schön die Blocks schneiden können und so weiter und so fort. Der Flug war auf jeden Fall, wie war der Flug? Der Flug war sehr gut. Die Lannung war ein bisschen ruckelig. Oh Gott, jetzt geht es schlimmerisch. Handy am Loden. Wie lange hast du das denn gemacht? Was ist hier? Da unten muss man in den Arm machen. TV-Channel-List. Da muss auch ein bisschen schattern. Dann sollte man es lassen. Dann sollte man es lassen.